Hallo ihr Lieben, hier ist das Heimschirm, mein Vertrag vorzunehmens-Coach, die Kunst-Diologe nochmal. Schöne Weihnachten euch, back to business, da gibt es ja keine Feiertage und ich hoffe ihr hattet einen schönen heiligen Abend. Bei mir ist mein Dramagehirn mal ein bisschen mehr befriedigt worden. Aber alles, alles noch im Rahmen und darf ja auch mal sein und genau, dann während hier der Juli noch ihre Weihnachtsgeschenke auspackt, sag ich mal, machen wir mal wieder zwei Dating-Mails. Außerdem wird hier zwei von meinem aktuellen Buchverlust einfach auf Instagram gehen, unter dem Beitrag kommentieren, könnt ihr eins gewinnen, noch bis morgen Abend. Und genau, am ersten, kann ich auch schon mal kurz sagen, geht auch wieder los, Selbstliebe-Challenge und Manifestations-Challenge. So, dann legen wir mal los hier. Also als erstes geht es um das Thema Future-Facking, genau. Also wenn du auch solche Fragen hast, kannst du bei einem Formular auf liebeschiff.de stellen. Hallo Christian, frohe Weihnachten erstmal und danke für deine engagierte und tolle Arbeit. Ich habe einen Mann kennengelernt, der Future-Facking betreibt, wenn es das überhaupt ist. Also er sagt zum Beispiel, ich hätte beinahe einen Skiurlaub gebucht im Robinson-Club und so weiter. Wir kennen uns noch nicht so gut, die 100 Tage sind noch nicht roh und die Beziehung fühlt sich sonst gut und gesund an. Aber mit diesem, ich rede mal viel, aber tu nix, komme ich nicht so gut zurecht. Ja, also Future-Facking, wer das noch nicht gehört hat, ist glaube ich ein Begriff von Nathalie Lou. Die werde ich auch nochmal ein bisschen mehr vorstellen, macht echt eine tolle Arbeit. Das bedeutet einfach, dass du immer wieder Sachen versprichst, die aber nie eintreten. Vor allen Dingen ist damit gemeint, so ich, was weiß ich, wenn du im Dreieck bist, ich trenne mich und das passiert aber nie. Und ja, also insofern, also Future-Facking ist immer scheiße, so ne. Also es ist eins der problematischen Sachen, finde ich. Ob es jetzt das ist, also letztlich ist es immer so, wenn du Leute datest und sie halten sich nicht an ihr Wort, es ist immer hochproblematisch. Ob das jetzt Future-Facking ist oder ob einfach nur angegeben wird mit irgendwas. Ja, und wie gesagt, das Gegenmittel ist eigentlich ganz einfach, die Leute ernst nehmen, zu sagen, ja, dann buch doch. Oder warum buchst du es nicht? So, was, buch doch den Urlaub, ne. Mach doch. Also, weil dann sieht man ja, ob es einfach nur Bullshit ist. Und was heißt denn hier beinahe, also was ist denn der Grund, warum man es nicht gemacht hat, so, ne. Also da kann man das schon sehr schnell rauskriegen, ob da irgendwas dran ist. Aber da darf man nicht so, wie soll ich mal sagen, Walking on Eggshells machen und bloß nicht irgendwie konfrontieren. Das ist ja sowieso nicht mein Ansatz. Deswegen gibt es ja auch bald den neuen Kurs hier, den People-Pleaser-Kurs, den gibt es auch noch zum Frühbucherpreis. Und, naja, das Wie, finde ich, ich habe auch kein Problem, das anzusprechen, das Wie, finde ich interessant. Wenn ich es so anspreche, dass ich das scheiße finde, dass Menschen das machen, dann wird er sich verstellen zukünftig. Ja, aber das ist schon co-abhängige Kommunikation, ne. Oh Gott, wenn ich das jetzt, das habe ich ja gestern in meinem Weihnachtsvideo auch gesagt, so mehr Wahrheit oder mehr Risiko. Das wäre jetzt ein super Beispiel für mehr Risiko, dass man sagt, du, du hast das ja angedacht mit dem Skiurlaub, warum hast du das nicht gemacht, so, ne. Also nicht, dass du das machen müsstest, aber warum sagst du es dann überhaupt irgendwie, ne. Weil du willst ihn ja auch kennenlernen, ne. Du willst ja nicht nur guten Bettsport haben oder was weiß ich, sondern du willst ihn ja auch kennenlernen. Und da sind das schon super wichtige Sachen, ne. Also was heißt Scheiße finden, das Problem ist ja, vielleicht will er es ja wirklich, äh, und um das sozusagen auszuschließen, ist eigentlich immer der richtige Umgang mit Future Faking, äh, zu sagen, ja, mach, mach, ne. Ach, du willst mich heiraten? Okay, komm, hier, zack, bestellen auf Geburt. Oder, äh, du willst mich wieder zusammenziehen? Okay, komm, lass uns Wohnung angucken, ne, sofort heute, lass uns heute eine Wohnung angucken, irgendwie. Dann kriegt man das super schnell raus, ob es einfach nur Gelaber ist. Aber wenn du schon das Gefühl hast, ich meine, du würdest mir ja nicht schreiben, eigentlich ist immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn man mir schreiben muss. Sagen wir mal, wie es ist, ne. Ähm, das ist natürlich schon nicht so gut, ne. Vielleicht wäre noch ein weiteres Beispiel nochmal ganz gut gewesen. Äh, wenn ich das mit einer Frage verknüpfe, also nach dem Motto, was ist der Grund dafür, dass du mir das jetzt erzählst? Äh, da wirst du keine Antwort kriegen, äh, was ist der Grund dafür, dass du mir Scheiße erzählst? Was soll er denn da sagen? Ja, weil ich dich beeindrucken will, weil ich, ähm, weil ich gerade im Ego bin. Weil ich, äh, weil ich dir irgendwas vorspülen will, was ich sowieso nicht mache. Was soll er denn da sagen? Irgendwie. Also die Frage würde ich zu 98 Prozent nicht weiterbringen, ne. Ähm, ich werde im jeden Fall, falls es etwas, ähm, Toxisches ist, was ich in meinem Gegen... Ich werde im jeden Fall, falls es etwas Toxisches ist, was in meinem Gegenüber bewirken. Aber Authentizität wird aber nicht herauskommen, fürchte ich. Ne, eben genau. Deswegen, nimm ihn ernst. Sag, du, jetzt beinahe gebucht, mach. Mich fahre gerne Ski, Robinson Club, geile Sache. Mach. Buch. Jetzt, ne. Komm, lass uns Kalender aufschlagen. Wann fahren wir an Robinson Club? Ja, jetzt, Skisaison geht los. So, und dann, ich meine, kriegst du das ruckzuck raus, ähm, was das ist, ne. Äh, ist Future Faking in jedem Fall toxisch? Ja, also, wenn es das ist, ist es toxisch auf jeden Fall, ne. Oder destruktive, manipulative Kommunikation. Nicht, dass wir das nicht, haben wir garantiert alle schon mal gemacht. Also, denk jetzt nicht nur, bitte, denk nicht immer an diesen Begriffen, das machen nur die bösen Narzissten und ich habe damit gar nichts zu tun, so, ne. Sondern seht es einfach als eine hochproblematische, höchstproblematische Art der Kommunikation, die wir vielleicht alle mal gemacht haben. Und mal ist mal vielleicht unser Receiving End und mal macht man es selber. Oder vielleicht ist mal in Beziehung, wo es ganz viel passiert. Aber ist es ein ganz starker Treiber für Liebessucht und solche Geschichten, so, ne. Also, von daher, gut, das schnell rauszukriegen, ne. Nicht, dass nicht auch mal ein Mensch irgendwas sagt, was, ähm, also, vielleicht hat er ja einen Grund, vielleicht hat er gesagt, ich hätte es fast gebucht, wenn ich die, äh, keine Ahnung, ähm, wenn ich nicht das Gefühl hätte, es wäre jetzt zu viel am Anfang oder so, ne. Also, wenn er jetzt konkret einen Grund hat, dann kann man ja darüber reden. Dann sagst du vielleicht, nee, aber es ist nicht, ich finde es super, ich finde es super schief war im Robinson Club. Hau rein, ne. Also, wirst du dann schnell rauskriegen, ne. Worum machen das Menschen überhaupt? Ob die ja meistens, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem Fall so ist, weil ihr noch gar nicht so lange zusammen seid, aber normalerweise wird es gemacht, um, aus egoistischen Gründen, um, äh, die Beziehung am Laufen zu halten, während man gleichzeitig Sachen macht, die der andere nicht gut findet. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich so der klassische Fall von Future Faking, ähm, hier könnte es aber auch einfach Angeberrei sein, so, ne. Äh, ähm, und ja, also ich kann euch sagen, jeder von euch hat schon mal Future Faking angewendet, hundertprozentig. Die Frage ist, wie oft macht man das, äh, wenn man auffliegt, gibt man es dann zu und das ist vielleicht die wichtigere Frage, ne. Ähm, einem Gegenüber mit dem Geschwätz einlullen und beeindrucken, was für ein toller Mensch derjenige ist. Ja, das, nach der kurzen Zeit, schreibt mir das das Wahrscheinlichste, ne. Jedenfalls sind bei mir die Alarmglocken angegangen und ich warte quasi auf das nächste Future Faking. Jedenfalls bin ich sehr wachsam, um nicht noch andere Macken zu versehen. Ja, dann kannst du uns ja auf dem Laufenden halten und ich denke, haben wir das Wichtigste dazu gesagt, kommen wir mal zur nächsten E-Mail von einer Kollegin sozusagen. Äh, hallo lieber Christian, danke für deine Arbeit, ich höre fast alle deine Folgen und dein neuestes Buch, ähm, ist mein eigenes Weihnachtsgeschenk. Ich bin Anfang 30, Mutter einer, eines Kindes und selbstsystemische Therapeutin und, äh, mache integrative Paartherapie, genau. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich mich vom Vater meines Kindes getrennt, viele Beziehungserfahrungen in der Zeit gesammelt, viele Challenges. Jedes Mal ein bisschen mehr bei mir, auch dank deiner Arbeit. Nun habe ich seit sechs Monaten wieder einen Freund. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, übrigens, gucken ja 50% ohne Abo, klickt nochmal kurz auf den Abo-Knopf, lass mal die 50.000 hier knacken, ähm, und, oder lasst mir ein Like da oder teilt das Video oder, ähm, kennt ja die, das Übliche, was man da machen kann. Oder lasst mir auch gerne einen Mitgliedschaft da oder einen Zengs, freue ich mich alles drüber. Gut, äh, nun habe ich seit sechs Monaten wieder einen Freund. Und ich bin sehr glücklich, denn es gibt einige Unterschiede zu meinen vorangegangenen Heiß-Kalt-Beziehungen oder 100-Tage-Scheiß. Du bist aber noch im 200-Tage-Scheiß, ne? Okay. Zum Beispiel hat sich alles langsam entwickelt. Wir haben uns durch ein gemeinsames Hobby kennengelernt und so weiter. Er hat, äh, meine Tochter kennengelernt und ist sehr bemüht um sie. Er sagt mir, ich sei die erste Freundin, mit der er sich längerfristig was vorstellen kann. Ja, aber es sind alles nur, ich suche mir, dass ich das immer wieder sage, es sind alles nur Worte. Immer von Date zu Date denken, ne? Ähm, letzte Woche zum ersten Mal, ich liebe dich von ihm. Bis auf, äh, zwei Beziehungen unter einem Jahr hat er keine Erfahrung mit Frauen. Oh, das ist, okay. Puh. Das, äh, wird mich extrem nervös machen, wenn ich eine lange Beziehung suche, sage ich ganz ehrlich. Das wäre für mich, ähm, ich will jetzt nicht sagen eine Red Flag, aber würde ich persönlich, aber ich bin auch, ich habe einfach zu viel erlebt, zu viel von diesen E-Mails gelesen. Ich weiß, ich würde mich so auf so einen Freund, auf so eine Kurzfrist-Sache einstellen, ehrlich gesagt. Warum sollst du jetzt diejenige sein, die ihn über ein Jahr rüberkriegt irgendwie? Aber, ja, kann natürlich trotzdem sein, aber in dem Alter noch nicht mehr als ein Jahr eine Beziehung, aber vielleicht ist das auch das neue Normal, ne? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, keine Ahnung, vielleicht will sich einfach keiner mehr binden, weiß ich nicht. Ähm, aber das wurde, also dieses auch keine Erfahrung mit Frauen, ey. Also, wo hat denn der gewohnt irgendwie, in welcher Hütte, ey, also, finde ich schon irgendwie merkwürdige Aussage, so. Äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Äh, er beschreibt sich ja als introvertierten Freigeist. Also, wenn ihr Freigeist hört, ähm, das wäre nicht fast für, wir wollen ja mal so ein, ähm, neues Übersetzungsvideo machen hier. Ähm, wenn ihr Freigeist hört, ähm, könnte man es auch überwetzen, weil ich bin Bindungsängsler. Also, ganz ehrlich gesagt, das ist, ähm, also, das ist jetzt natürlich total übertrieben, was ich jetzt sage, ne? Aber, äh, wenn ich Freigeist höre, ähm, im Zusammenhang mit frühem Dating, äh, aber wie gesagt, ich bin auch, ich bin einfach extrem. Ich wäre schon gleich wieder im Vorsichtmodus irgendwie. Smalltalk oder Kontakt ohne Tiefe findet er verschwendete Zeit? Ah, ist da sowas ganz besonders? Mir gefällt das gut bis auf folgende Situation. Er braucht nicht täglich Kontakt. Wir sehen uns, äh, zwei bis drei Tage pro Woche und telefonieren einmal. Vermute mal jetzt einmal am Tag. Das ist im Prinzip, äh, das finde ich im Prinzip völlig okay. Ich glaube, viele Menschen haben vielleicht so hohe Erwartungen an, wie oft man sich sieht. Also, man kann natürlich sich was wünschen, aber so Erwartungen sind manchmal, glaube ich, zu hoch. Und man kann Menschen auch in die Flucht treiben mit, mit, äh, zu viel Erwartungen. Und es ist ein absolut gutes Recht zu sagen, dass das für ihn reicht. So, das, das müsste jetzt auch nichts Schlechtes sein, ne? Das alleine. Du dürfst natürlich sagen, das reicht für dich nicht, so. Und da muss man, das ist halt das übliche Kompromisse für eine Beziehung, ne? Es gibt ein bis zwei Tage pro Woche, an denen wir nichts voneinander hören, auch keine Nachricht. Das finde ich auch, äh, also habe ich auch so gehabt in meinem Leben, ähm, nicht schlecht. Also, ich finde es nicht schlecht und ich finde es von Anfang eigentlich, eigentlich auch ganz gut mal so ein bisschen was, äh, dass man sagt ja oft so, dass Gefühle entstehen so in den Pausen. Ähm, also, äh, da ist erstmal nichts falsch dran. Also, mir gefällt dieses Freigeist und dieses, dieses, äh, seine Beziehungshistorie ist natürlich auch ein typisch Binnungsängstlicher. Äh, das gefällt mir nicht, aber das, das jetzt, wie er oft wirklich sehen will, würde ich an sich jetzt nicht problematisch finden, ne? Ähm, das ist okay, aber nicht, wenn er mal ein paar Tage weg ist. Dann ist es für ihn auch okay, mal zwei Tage nicht zu hören. Danach ist er sehr anschmiegsam. Ja, man muss sich ein bisschen überlegen, wie muss man sich das denn vorstellen? Schreibst du ihn und er schreibt dann zwei Tage nicht zurück? Das wäre eine Red Flag, ne? Äh, oder schreibst du ihm nicht? Und er schreibt ihn nicht und, ähm, ja, und irgendwann, äh, oder du wartest darauf, bis er sich endlich meldet. Äh, also, wenn er wirklich so zwei Tage abtaucht und du kannst ihn gar nicht erreichen, das wäre nicht gut, ne? Ähm, wenn er sagt, äh, ja, ich brauche mal zwei Tage für mich, okay. Wie gesagt, du musstest es ja nicht gut finden, so, ne? Ähm, aber wenn er wirklich den Kontakt beendet, sozusagen für zwei, also sich gar nicht meldet und auch nicht zurückschreibt, das wäre nicht gut, ne? Äh, er sagt, er ist schnell überkommuniziert und braucht dann mindestens einen Tag ganz alleine ohne Input. Naja, das passt alles zu Freigeist und keine Erfahrung mit Frauen und passt alles zusammen, ne? Äh, nur mit sich sein, soweit okay. Nun fuhr er über Weihnachten in seine alte Heimat, allerdings für zwei Wochen insgesamt und sagte mir das erst, äh, zwei Tage vorher. Ja, ja, so, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Äh, sechs Monate. Äh, also, ich sag's dir, aber es ist nur, nur meine Meinung, ne, wirklich so, äh, sechs Monate oder sieben oder acht, ähm, zusammen sein und dann den Partner, äh, sagen, du Weihnachten, sorry, ähm, werden wir uns zwei Wochen nicht sehen und Silvester auch nicht. Ähm, und ich bin jetzt nicht aus auf irgendwie Situationship, Freundschaft plus, äh, Tinder, Tinder-Gurke, ähm, wäre für mich, äh, würde ich, wie gesagt, entweder sofort beenden oder würde das umwandeln in, ähm, würde ich sagen, du lass uns, weißt du was, alles gut, aber dann date ich weiter. Da haben wir ja Freundschaft plus, ähm, nur mal um zwei verschiedene, also für die meisten ist das, glaube ich, nix, aber, äh, ja, würde ich sofort runtergraden, äh, vom Beziehungsstatus, hätte ich keinen Bock drauf, ne. So, aber vielleicht bin ich auch zu hart, vielleicht bin ich auch manchmal zu hart, aber hätte ich das, äh, also nicht, dass er das nicht darf, aber jetzt vor allen Dingen in Verbindung mit Weihnachten, Silvester, das sind ja schon wichtige Tage so in unserer Kultur, ähm, und nicht, dass er mal, also natürlich darf er zwei Wochen wegfahren, das ist ein freier Mensch, weißt du, ähm, aber ich finde auch, das kann man dann schon mal ein bisschen früher, ähm, kommunizieren. Also ich würde mal sagen, wenn sonst alles tippitoppi wäre, so, ne, und, und er will einfach nochmal zwei Wochen, könnte auch sein, dass er zwei Wochen Urlaub fährt oder so, ne, wo du vielleicht auch nicht mit kannst irgendwie, ähm, wäre auch total in Ordnung, so, ne, ich, das sind jetzt auch alles nicht so hard Facts, sage ich mal, das sind jetzt nicht so Sachen, ähm, wo er dich anlügt oder so, aber es zeigt, dass er vielleicht wenig Erfahrung mit Beziehungen hat und sehr bindungsängstig sein könnte, so, und das ist vielleicht nicht, was du suchst. Ne, und das offenbart sich häufig nach 200 Tagen, ne, äh, das hat mich sehr irritiert, bespricht man das nicht in einer festen Beziehung? Absolut. Ich mag ihn sehr, aber ich bin es anders gewohnt. Ich hatte Langzeitbeziehungen, da wurde es miteinander besprochen, ist auch das Normale, könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ihr so denkt. Es geht nicht um Erlaubnisfragen, aber sich zwei Wochen nicht sehen, in unserer Verliebtheitsphase finde ich hart. Ja, ich hatte das auch mal in einer Beziehung, das war noch früher, da hieß es auf einmal auch, oh, jetzt können wir uns leider vier Wochen nicht sehen, äh, mit wirklich völlig fadenscheinigen Argumenten. Das muss jetzt überhaupt nicht heißen, dass, ähm, dass da irgendjemand was verheimlicht oder so, ähm, aber es könnte heißen, dass jemand da, ähm, sehr problematisch könnte, könnte, könnte sein, dass jemand da sehr unsicheres Bindungsmodell hat oder ein sehr bindungsängstiges Bindungsmodell, äh, vermeidendes Bindungsmodell. Und schon nach, nach 200 Tagen schon irgendwie so sechs Monate Pause braucht es ungefähr. Und, ähm, ja, kannst ja mal raus versuchen rauszukriegen, wie die anderen Beziehungen gescheitert sind. Also das wird schon, wenn man sich da jetzt noch sechs Monate drauf rechnet, wo man sich aufreibt, dann sind wir bei dem Jahr, wie die anderen Beziehungen gedauert haben, ne. Sehr irritierend, verstehe ich absolut, ne. Äh, wie viel Distanzen Autonomie verträgt eine Beziehung? Welche Kontaktfrequenz findest du optimal? Er meinte neulich, er mag diese Sehnsuchtsgefühle. Das, also auch mit diesen Sehnsuchtsgefühlen finde ich eine ganz schwierige Aussage, weil, ähm, in unserem normalen Deutsch heißt Sehnsuchtsgefühle, ich möchte diese Person auch sehen. Also zu sagen, ich hab Sehnsuchtsgefühle und gleichzeitig zu sagen, ich will dich aber gar nicht sehen, das ist ein Irrsinn, sorry, das ist ein absoluter fucking Irrsinn, das ist, oh Gott, ich kann das alles nicht mehr, Leute, wirklich, ey. Das ist so ein Irrsinn. Ähm, also ich sag mal, wenn es, wenn er wirklich top kommunizieren würde, würde einfach sagen, hey, ich bin so, ich brauch meinen Freiraum, ähm, so Weihnachten, sag ich jetzt schon mal gleich, bin ich zwei Wochen weg, nur dass du gleich Bescheid weißt, äh, ich brauch viel Zeit für mich. Mir reicht das, wenn wir uns so und so oft sehen und dann vielleicht auch ein bisschen kompromissbereit ist, dass er sagt, ja, ich, gut, meinetwegen können wir jeden Tag telefonieren, dass du weißt, was ich so mache, dass du auch ein bisschen Sicherheit hast. Das, ähm, dann wäre jetzt diese Menge an Kontakt, wird schon vollkommen ausreichend für eine Beziehung, so, ne, das, äh, gibt es auch viele Leute, die älter sind, die haben einfach keinen Bock mehr, sich so oft zu sehen, so, die brauchen immer mehr Zeit für sich, so. So, merke ich manchmal auch so ein bisschen und, ähm, ja, also, und da wäre das völlig normal, so eine Frequenz, so, aber dieses ganze Drumherum gefällt mir gar nichts, sag ich ganz ehrlich. Was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse, ähm, und kommt gut durch die Raunechte Zeitung. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder.